So, jetzt muss mein Pferd da wieder gehen, komm. Yay! Dann reiten wir jetzt hier hoch, denn dann können wir den Hasen holen. Das da am nächsten. Und wir die Quest auch. Ihr seht schon, da ist der Sitz des Königs. So, wo ist der Hase? Da ist der Hase. Komm mit, Häschen. Da-da-dum. Da-da-dum. Ist ja nicht süß. Moppelchen. Jaaa. So, erstmal Zwischenstopp. Ich hab wieder ordentlich was an Ruhm. Die ich alle gleich wieder... Ihr habt es fast schon erraten. ...gegen Auerman tausen werde. Eins. Und... Nein. Geht auch rein. Und... Nochmal meins. Und... Nochmal meins. Bäms bäms bäms. So, noch zum Markt, wenn wir schon hier sind. Den ganzen Schrott hier verkaufen. Und kein Mensch braucht. So. Jetzt bringen wir den Moppel zurück. Bam 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 bam. So. Erst dein Hasen. Dankeschön. So, was machen wir als nächstes? Wir können den Menü rausholen und die ganzen Quests außen mal machen. Oder? Wir machen erst die da und dann die ganzen Quests draußen. Ich glaub das ist besser. Dann haben wir mal die Quests herinnen alle erledigt. Wenn wir das da machen. Da. Der Arm der schwarzen Priester. Mein Gott. Ich seh's schon wieder kommen. Ich darf nicht gegen 700 Millionen Sakara Priester werden. Und? Oh yeah. Me likes. Not. Und? Ja. Wusste ich doch. Scheiß Typen. Verpisst euch. Geht sterben. Ich mag euch nicht. Die Karaprister sind doof. Geht man. Verpisst dich. So. So. Ich werde hier keine extra Läufe machen. Ich auf die zum Ziel. Weil Lisa Karaprister nicht mag. Nein. Ganz und gar nicht. So. Pumps. Oh. Neuer Gegner. Steingargäuel. Ich hoffe man spricht das so aus. Gargüle? Gargäuel? Keine Ahnung. Gargäuel glaub ich, ne? Ach fuck. So rein da. Mann. Wow 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 wow. Junge. Immer mit der Ruhe. Die drei müssen wir glaube ich retten. Die können wir erst retten wenn wir hier den Anführer gebashed haben. Dacandos hohe Priester von Saqqara. Du bist schuld. Deine Typen nerven mich so. Geh sterben. Verdammt. So. Tod ist er. Jetzt können wir die drei da retten. Johannes der Zimmermann. Sabrina die Magd. Und sie lad sie aus dem Hause Faladal. Kommt mit mir. Die dürfen jetzt nicht sterben. Was bei Saqqara ist dann schnell geht. Und die mit ihrem Zaubern da um sich werfen. Also wünscht mir Glück, dass ich es hinkriege, dass sie nicht drauf gehen. So. So. Ich muss die Saqqara Priester so schnell wie möglich ausschalten. Bevor sie hier meine Leute killen kann. Aber die halten sich schön hinten auf. Das gefällt mir. Und keine Saqqara Priester mehr. Glück gehabt. So. Wo muss ich euch jetzt hinbringen? Äh. Wo? Oh. Nach draußen. Gut. Dann können wir jetzt alles draußen machen. Das wäre die Quest für die Hauptquest. Wie gesagt. Die kommt erst später. So. Beim rauslaufen können wir dem Typen da seine Axt vorbeibringen. Die er ja so vermisst. Und dann geht's weiter im Text. Oh. Mein Schild rollt jetzt wieder aus. Und meine Aue auch. Das gefällt mir gar nicht. 55 Sekunden hält die Aue jetzt schon. Immerhin. So. Die Axt des Skulladius. Da hast du deine Axt. Einen Frostring. Brauchen wir nicht. Aber danke. So. Als nächstes hätte ich gesagt. Bringen wir die drei da zurück. Damit die uns nicht drauf gehen. Und dann stürzen wir uns auf die nächsten Quests. Yay. Tut mir leid nochmal wenn das ein bisschen langweilig für euch ist. Aber es ist ja eine RPG. Da kann ich nichts anderes machen als die Quest zu erledigen. Aber es ist ja so. Nein. 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 Nicht zaubern. Böse. So. Ich mag es nicht wenn man außer der Aushalter Burg ist. Da sind mir zu viele Gegner die einen stören können. So. Jetzt bringe ich euch da mal zurück. Da hast du sie. Danke. Kriege ich euch jetzt von euch auch noch was? Nee. Och Mann. Als nächstes hätte ich gesagt. Dämonenfutter. Brütende Feuerbestien. Gokka der Minotaurus. Dann machen wir doch mal den Minotaurus. Ich glaube der ist näher. Und dann laufen wir nach unten. Und dann hätten wir auch schon wieder alle Quests gemacht. Bin gespannt wie viele es dann insgesamt waren. Ich werde es euch dann zeigen. So. Da oben ist auch schon. Der Entlauf einer Minotaurus. Wer sich erinnert. Wir sollten ihn zurückbringen zur Arena. Was machen wir jetzt ne? Hätte ich mal gesagt. Yay. Nein dran. Rims. Oh. Schade an Rims. Oh. Schade an Rims. Na komm schon. Geht drauf. Fast 3000 Erfahrungen. Das ist ja echt krank. Mann. Ich hätte einen Trank des Mentors trinken sollen. Ach das mache ich jetzt noch. Wenn ich schon mal solche Erfahrungsbestien als Gegner habe. Schade an Rims. Schade an Rims mit. Drank des Mentors bringt. 4300. Meine Fresse. Da ist auch schon der Minotaurus. Bams. Oh. Der will mit uns reden. Moka der Ehrbare. Gut. Soll mir recht sein. So. Was hast du zu sagen? Warte. Bevor du Moka niederstreck. Ich bin Gladiatores und Sklave. Ja. Aber Moka auch haben Recht. Recht um frei zu sein. Auf frei zu sein. Auf frei zu sein. Ja. Niemals du mich bringen Leben zu brutales Meister der Gladiatores. Aber wenn du voll mit Ehre lasse mich leben und bringe Herrn der Gladiatores dieses Schandzeichen. Ist's Grabenring. Sage Moka seien frei. Gut. Das machen wir. Wir sind doch ehrbar. Ehrbar. Yay. So. Dann bringen wir den eben nicht zurück. Planänderung quasi. So. Und bevor wir jetzt zurück laufen machen wir noch die beiden Quests. Und dann haben wir's. Bams. 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 Gestern. Bams. 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 So. Wow. Lauf. Zschuh. Lauf. Ok. Ich glaub, wir nehmen den Pferd. Dum 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 oh man ich hasse es geht sterben missgeburten stirbt doch man sie müssen mich festhalten dann brauchen sie so lange zum sterben wütende feuerbestien mann steigt doch ab 1 gewinnt wütende feuerbestien was können das für bestien sein und das in so einer unscheinbaren hütte wo ich mich ein blieben werde weil ich da nicht außen rum laufe nein nein ok da war ein tor ich bin so doof naja rein da aha mussten wir einfach nur das mädchen retten ja mussten wir aber ich laufe jetzt da nicht nochmal hoch und dann wieder runter ich mache jetzt noch dämonenfutter auf die gefahr hin dass mir das mädchen drauf geht oh flammen geborene wo das auge hin sieht wo kommen die alle her verdammt fail jo ja ja